Karlsruhe führt mit 13 zu 11. Ritchie Williams, Korya-san, Korya-san versucht kein 3-Punkte-Wurf. Ritchie Williams, Korya-san, da versucht er es. Jacob Dirkson, ja, er ist wieder dran. Korya-san, auf Korya-san und ein 3-Punkte, er holt sich den Ball zurück. Korya-san, 3-Punkte, Korya-san. Und versucht er es wieder, ja, und Asta verteidigt enorm. Und Korya-san, 3-Punkte-Wurf. Und da ist er wieder, unsere 3-Punkte-König. Ritchie Williams, ja, Hessen lässt sich, äh, wird gefoult und trifft. Ja, da war Benni Lischka. Da fliegt, Benni Lischka, Kumei. Kumei, und Hessen. Er ist von außen jetzt. Ja, lässt sich dann. Sight und zwei Dreier. Hessen von der Freibufflinie. Ja. 82 zu 66. Schleckt hier der Favorit, die Fingy Bass. Und schweigt. Oh, da fliegt der Ball über Derek Coleman. Ja, denn das tut... Boah. Ballverlust, so geht's. Und der Dreier, Versuch und blitz sauber von Derek Schafrath. Oh, da hat er. Aber leider ein Fehlpass. Und so hat... Ein schneller Wurf vom Vierer zum Dreier. Warum spielen sie die Bälle hinten so quer? Und wieder Hassan. Williams. Und wieder Hassan von draußen. Und er macht... Jetzt wird's noch deutlich. 3-4-3. Und wieder der Ball besitzt für die Gäste. Und sie machen die Punkte. Und wieder Hassan. Und jetzt trifft er auch. Hassan. Klasse durchgesteckt. Auch klar gesperrt worden für meine Verhältnisse. Hassan. Und über Hassan. Eben für Rasta. Koryasan fängt den Ball ab. Und wieder 2-2. Rasta fightet. Koryasan zwei Punkte. Und wieder. Koryasan. Und da ist er wieder mal 3 Punkte. Alle wie wertvoll er für Rasta ist. Doch man merkt es eigentlich nicht. Das kommt wahrscheinlich auch um das... 61,45. Und wieder Koryasan. Und wieder Koryasan. 64,45. 19 Punkte. 51. Rasta antwortet mit einem 3-Punkte von Koryasan. Zum 78,51. Und wieder Koryasan. Diesmal mit einem 2-Punkt. Koryasan fängt den Ball ab. Spielt ab. Bekommt den Ball zurück. Und 2 Punkte. Koryasan. 88,54. Und Rasta legt nach. Koryasan. 1,3. Vielen Dank.